Ciao meine Damen und Herren, willkommen auf Basalt. Euch ist doch sicherlich schon dieses Gästebuch aufgefallen, in dem sogar recht aktuelle Dinge drinstehen. Und wisst ihr, wie man da reinkommt über dieses Easter Egg, das eigentlich ziemlich offensichtlich ist? Hier kann man das Gästebuch signen. Dieser QR-Code funktioniert tatsächlich. Ich habe mich ungefähr so hingestellt und habe dann mit meinem Handy einfach mit einem QR-Code-Reader an den Bildschirm dran und dann ging es. Also es hat direkt funktioniert. Ihr kommt dann auf diese Seite hier. Fill out this form for a chance of your message appearing in Basalt. Also, wann habe ich Basalt besucht? Tja, das war heute. Mein Name. Und zu guter Letzt schreibe ich noch unsere Nachricht rein. Ich hoffe, die wird übernommen. Die Bubbler waren hier. Sehr schicke Map. Haut da rein. Komm, wir machen mal einen Kussmund. Und dann Smiley. Komm, die müssen das dann nehmen. Also klar, wenn Smiley drin ist, die haben den Senden. Yeah. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner wirklich fette Mutter auf die Instagram-Messe. What?